Dies ist jetzt der zweite Teil, das zweite Blitzlicht zum Thema Ängste. Wie kann ich konkret Ängste bewältigen? Und ich knüpfe in dem ersten praktischen Tipp nochmal an das Ende des Blitzlichtes an, was ich gehalten habe zum Thema Ängste schon. Wir sind Beziehungswesen, wir brauchen Beziehungen. Und der erste Tipp, um Ängste zu bewältigen, ist, rede über deine Ängste mit Menschen und mit Gott. Bleib nicht alleine, baue keine stolze Fassade auf im Sinne von, ich schaffe das irgendwie alleine. Eine starke Frau, ein starker Mann kennt keine Ängste, zeigt keine Gefühle. Das entspricht zutiefst nicht den biblischen Aussagen und dem, was Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus vorgelebt hat. Jesus Christus hatte Angst. Wir sind ja in der Zeit kurz vor Ostern und die Bibel gibt uns hier einen genauen Bericht, was Jesus Christus erleben musste. Als Jesus im Garten Gethsemane war und wusste, dass es jetzt um alles geht, dass es jetzt darum geht, für die Sünden, für den Ego, für den Mist der Menschen am Kreuz zu sterben, damit jeder Mensch die Chance der Sinnvergebung hat, damit jeder Mensch die Chance des ewigen Lebens hat, da hatte er Angst. In Lukas 22, 44 wird es uns berichtet. Und Jesus geriet in Todesangst und betete heftiger und sein Schweiß wurde wie große Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Er wusste, der Kreuzestod, die damalige Hinrichtungsmethode, wird grausam werden für ihn. Und in dieser angstvollen Stunde wollte auch er Gottes Sohn nicht alleine bleiben und hatte drei seiner Jünger gebeten, mitzukommen. In diesen Garten Gethsemane, Petrus, Jakobus und Johannes. Auch Jesus Christus suchte Beziehung in einer der tiefsten Stunden seines Lebens hier auf der Erde. Und wie es so oft bei Menschen auch ist, tragisch, die Jünger versagen. Die drei schlafen tatsächlich ein in dieser ganz schwierigen Situation. Und das ist aber das, was mich an Jesus so fasziniert, so begeistert. Obwohl die drei ihn in dieser schwierigsten Stunde ein Stück alleine lassen, bleibt er treu, vergibt er ihnen, übergibt er ihnen trotzdem später wieder verantwortliche Aufgaben. Und er bleibt weiter mit ihnen im Gespräch. Ganz wichtig, nutze gute Beziehungen, rede über deine Ängste, bleibe nicht mit ihnen allein. Zum zweiten Tipp, rede aber nicht ständig über deine Ängste und denke auch nicht ständig über sie nach. Das scheint so ein bisschen dem ersten Punkt zu widersprechen. Aber nein, es ist für unsere Psyche gut und wichtig, dass wir verschiedene Phasen in unserem Alltag durchleben und erleben. Angst gehört zu unserem Leben dazu. Jesus sagt in Johannes 16, 33, In der Welt habt ihr Angst. Es gibt genug Gründe, in dieser Welt, in der Diesseitigkeit, Angst zu haben. Es gibt genug Gründe, wenn man nur auf dieses Leben hier auf Erden reduziert ist, mit vielen Ängsten zu kämpfen. Wenn man keine Hoffnung hat, dass nach diesem Leben noch was Wunderbares kommt. Dass es einen liebevollen Vater, einen Gott, einen allmächtigen Gott im Himmel gibt. Angst zu leugnen in dieser Welt macht keinen Sinn. Rede über deine Ängste, aber lebe dann auch bewusst, rüste Zeiten, wo du dich ablenkst, wo du Dinge genießt, auch im Sturm versuchst, Dinge zu genießen. Du brauchst gute Ablenkungszeiten. Gerade wenn du weißt, abends ist die Zeit, wo die Ängste besonders bei dir hochkriechen, dann ist es wichtig, plane eine Verabredung per Skypen mit einem guten Freund. Ich bin kein Technikfreak, aber ich genieße es wirklich durch gute Softwareprogramme jetzt, Arbeitssitzungen und auch Treffen mit Freunden per Internet zu haben. Zusammen dort zu sitzen, zu reden, zu hören. Es sind tolle Möglichkeiten, die wir heutzutage haben. Also rede und denke nicht ständig an deine Ängste, sondern habe auch gute Ablenkungszeiten. Zeiten, wo du Dinge auch im Sturm genießt. Drittens, nun komme ich zum dritten Tipp. Für mich mit der zentralste, wobei die ersten beiden und die zwei folgenden auch nicht unwichtig sind. Ja, unsere Sorgen, unsere Ängste müssen wir wegwerfen. Das ist der dritte Tipp. Werfe Sorgen und Ängste weg. Ja, wie soll das gehen? Wie kann das praktisch aussehen? Wohin werfen? Dazu zwei Bibelstellen, die in der Bibel genau das Thema Sorgen ansprechen. Es ist 1. Petrus 5, Vers 6 bis 7. Dort heißt es, so demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und im Psalm 55, 22 heißt es, wirft deine Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Was mich besonders an diesen zwei Stellen anspricht und herausfordert, ist der Begriff werfen. Werfen ist etwas sehr Aktives. Es hat etwas mit einer Willensentscheidung zu tun. Wenn ich etwas wegwerfe, da muss ich mir klar darüber sein, was es ist. Ich muss mir klar darüber geworden sein, auch wohin ich es werfe. Deshalb folgende drei Tipps, drei konkrete Schritte, die du für dich so durchgehen kannst, wenn du merkst, die Ängste kommen hoch. Erstens benenne deine Sorgen, deine Ängste klar. Das hatten wir uns ja auch schon bewusst gemacht. Packe sie richtig an. Schau ihnen ins Gesicht. Der zweite Schritt, dann entscheide dich, bewusst sie wegzuwerfen. Wie kann das praktisch aussehen? Ich sage mir dann zum Beispiel, lieber Vater im Himmel, das sind meine konkreten Sorgen und Ängste. Bitte hilf mir, die Situation jetzt mit deinen Augen zu sehen und auf dich zu vertrauen. Hier ist mein Paket der Ängste. Und dann nenne ich ihn die verschiedenen Punkte. Und im dritten mache ich mir nochmal Psalm 55, 2 bewusst, wo es heißt, er wird für dich, für mich sorgen. Gott liebt uns und wenn wir auch nicht alles verstehen, wird er letztlich für dich und mich sorgen. Vielleicht ganz anders manchmal, als ich denke, aber er hat keinen von uns Menschen vergessen, sondern er sorgt sich um jeden Menschen. Das war Luke, Psalm 55, 22, dieser Vers. Ich möchte zum vierten Tipp kommen, ein ganz kurzer. Nutze deine kreativen Fähigkeiten, um dich von Ängsten abzulenken. Gott hat uns Menschen geschaffen, mit der Fähigkeit, Dinge zu entwickeln, zu erschaffen, zu erfinden und kreativ zu sein. Und mich begeistern die Berichte von Menschen, die sagen, ich mache aus der Ausgangssperre das Beste. Ein Beispiel von einem Ehepaar aus Dubai. Es hat ein Marathon auf ihrem Balkon gelaufen, zusammen. Und die zehnjährige Tochter hielt die Schilder mit Start und Wänden hoch, versorgte über die Stunden mit Getränken. Ich finde das super. Ich finde es super zu erleben, wie abends in Spanien Pflegekräften applaudiert werden, wie in Italien abends es musikalische Einlagen von den Balkonen gibt. Ja, überlege, wo du kreativ werden kannst, um dich gut abzulenken, um gut Dinge zu erleben mit anderen Menschen oder für dich allein. Und der fünfte, der letzte Punkt. Nutze deine Kraft, die durch deine Ängste entstehen. Ja, Ängste können blockieren, aber sie können auch motivieren und Kräfte freisetzen. Ich merke das bei mir gerade im Moment. Es gibt ja jetzt leider auch die Berichte, dass immer mehr junge Menschen erkranken. Ja, und ich bekomme schon ein Stück Angst. Ich bin ja nun auch nicht mehr ganz der Jüngste. Wie werde ich eigentlich diesen Virus bewältigen? Ja, von der wissenschaftlichen Seite her wissen wir, dass es so sein wird, dass 50 bis 60 Prozent der Menschen irgendwann diese Infektion durchleben werden. Und ich habe mir gesagt, ich möchte so fit wie irgend möglich sein, wenn ich diesen Virus habe und diese Krankheit durchmachen muss. Anfang des Jahres zu Silvester hatte ich mir vorgenommen, ich will wieder häufiger joggen. Zwei bis dreimal in der Woche. Bis vor vier Wochen habe ich das eigentlich fast nie geschafft. Vielleicht einmal in der Woche. Seitdem es diese Pandemie in dieser extremen Form gibt, gelingt es mir fast jeden Abend. Es ist ein Stück die Angst, die mich treibt. Der Gedanke, ich will wirklich fit sein, wenn dieser Infekt mich erwischt. Aber es ist nicht schlecht, in dem Sinne die Angst zu nutzen. Und es ist wichtig, fit zu sein körperlich. In der Seelsorge gibt es einen praktischen Tipp, gerade für Menschen mit depressiven Störungen, mit Angsterkrankungen. Eine leichte Formel zum Schluss zu merken, dreimal 30, 130. Mache dreimal in der Woche 30 Minuten lang Sport und hab deinen Puls in diesen 30 Minuten auf einem Puls von 130. 30 Minuten lang 130 Puls. Es gibt zig Untersuchungen, die zeigen, dass diese Form von Ausdauersport dich stabiler macht, körperlich. Und dass auch depressive Symptome und Angstdynamiken gemildert werden. Bitte nicht falsch verstehen. Sie verschwinden nicht völlig, aber sie werden etwas geringer. Auch wichtig, das gilt nicht für schwere Depressionen. Es gilt nicht für posttraumatische Belastungsstörungen oder auch manche Ängste, die im Zusammenhang mit Zwängen auftreten können. Hier gibt es gute Medikamente, die man nehmen sollte. Die Faustformel ist, wenn Ängste jetzt zwei, drei Wochen lang fast an jedem Tag zu 70, 80 Prozent vorkommen und du dann auch noch mit deinem Schlaf größere Probleme hast, dann gehe unbedingt zum Ärzt. Dann versuche es nicht, durch Ausdauersport in den Griff zu bekommen. Aber zurück zu dem letzten Punkt. Nutze die Kraft, die durch deine Angst entsteht. Vielleicht ist es Sport, vielleicht das zu machen, was du immer schon mal machen wolltest, wenn du Zeit hast, das Fotoalbum wirklich mal einzukleben, die ganzen Bilder im Computer zu sortieren oder den Keller endlich mal aufzuräumen. Ja, nutze diese Zeit, nutze diese Zeit der Ängste. Nimm die Energie und setze sie in kreative Dinge um. Ich hoffe, dass einer dieser fünf Tipps oder zwei, drei oder auch alle, dir ein Stück helfen können, mit deinen individuellen Ängsten und Sorgen besser in den nächsten Tagen umgehen zu können. Ich wünsche dir von Herzen Gottes Segen und Bewahrung. Im nächsten Seelsorgeblitz, nächste Woche wird es um das Thema Konflikte rechtzeitig erkennen und gut bewältigen gehen. Denn gerade die Ostertage, ähnlich wie die Weihnachtsfeiertage, sind dafür bekannt, dass es dort besonders viele Konflikte und Spannungen gibt. Ja, wir können uns jetzt vielleicht nicht in so großen Gruppen treffen, sondern nur im familiären, ganz kleinen Rahmen. Aber auch das hat genug Potenzial für Konflikte, denn jeder hat irgendwo eine Erwartung, ist vielleicht schon enttäuscht, wie anders dieses Jahr alles laufen muss. Und die Nerven liegen vielleicht auch schon von den letzten Wochen ein bisschen blank. Und ich hoffe, dass ich nächste Woche da ein paar gute Impulse weitergeben kann, wie man Konflikte rechtzeitig erkennt, damit sie gar nicht erst zum großen Streit werden und wie man sie bewältigt.